Hallo, schönen guten Abend, rbb24 mit dem Update für Berlin und Brandenburg. Und seit heute steht es fest, es gibt neue Beschränkungen und Absagen, aber auch weitere Lockerungen für unser gemeinsames Leben in der Öffentlichkeit. Und das trifft viele hart. Alle Großveranstaltungen, egal ob kulturell oder sportlich, sind bis zum 24. Oktober in Berlin verboten. Kein Konzert in der Waldbühne, kein Lollapalooza-Festival, kein Berlin-Marathon. Große Absagen, kleine Lockerungen. Der Berliner Fahrplan der nächsten Wochen und Monate hier im Detail. Ja, was macht das mit unserer Stadt, was macht das mit Berlin? Bei uns ist Burkhard Kieker, der Geschäftsführer von Visit Berlin, der Männer Schock, oder? Haben Sie schon verdaut? Wir haben eine Pandemie, da darf nicht rumgespielt werden. Wie stellen Sie sich denn diese Strategien vor? Wie sehen die aus, so kurze Umrissen? Also kann man da irgendwelche Konzepte übertragen, die man für andere Sachen im Leben jetzt auch schon macht? Dass man viel mehr digital macht, dass man virtuelle Rundgänge macht und, und, und. Ich verstehe, da verdient man noch kein Geld mit und man fährt die Gäste nicht, aber man hat sie trotzdem so ein bisschen noch gebunden. Das verwundert natürlich nicht. Und am Abend hat der Aufsichtsrat die Reißleine gezogen und empfohlen, die Geschäftsführung zu beurlauben. Wie es nun weitergeht, das sagt uns mein Kollege Tim Jäger. Vielen Dank, Tim Jäger. Und jetzt gibt es weitere Nachrichten aus Berlin und Brandenburg, kurz zusammengefasst. Ja, vielfach klein, klein, da müssen wir drüber reden. Mal gucken, was schon geht. Bei mir ist Andreas Gerlach, er ist der Vorstandsvorsitzende vom Landessportbund Berlin. Vorhin auch, wir müssen reden, gehört von der Sportministerin Brandenburgs, Britta Ernst, dass die Vereinsgelände wieder zugänglich sein sollen für ein bis zwei Personen unter Aufsicht der Regeln natürlich, die man zu beachten hat. Geht das so ganz generell oder muss alles einzeln genehmigt werden? Denke ich schon, dass das in den nächsten Wochen durchaus möglich sein wird. Die Individualsportler. In unserer Wahrnehmung gibt es gerade wieder viele, die sich nicht im Zaum haben und nachts auf leeren Straßen mit irrem Tempo um die Wetter rasen. Davon und den beschlagnahmten PS-Monstern berichtet, twittert die Polizei. Aber andere Zahlen sinken in der Kriminalitätsstatistik. Nicht, weil es die Fälle nicht mehr gibt, sondern weil sie keiner anzeigt. Gewalt gegen Kinder in den eigenen vier Wänden. Kein Lehrer, kein Sporttrainer, niemand, der dazwischen geht. Kindesmissbrauch findet leider auch an anderer Stelle statt. Mit den juristischen Folgen beginnt unser zweiter Nachrichtenüberblick. Also in Berlin müssen die Menschen ab kommender Woche in Bussen, S- und U-Bahn einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Brandenburg ist das erst mal nur in Potsdam Pflicht. Die BVG will auch ihr Angebot wieder hochfahren. Mit den Lockerungen wird auch mit mehr Fahrgästen gerechnet. Verlässlich unterwegs sind die Helden der Landstraße wie Lutz Ribbeke aus Selchow. Ja, das seid ihr. Also das ist schon mal klar, die Busse fahren. Viele haben ja gründlich ausgemistet in den vergangenen Tagen und Wochen. Es ist viel Platz in den Schränken. Na dann, endlich wieder Shopping. Kaufen macht so viel Spaß. Und jetzt kann man ja geradezu moralisch verpflichtet einkaufen gehen. Man muss ja den Einzelhandel unterstützen. Eine bessere Ausrede gab es wohl lange nicht. Ja, alle happy. Wie schön. Ein ganz besonderes Geschenk. Mit Geld nicht zu bezahlen sind die Überraschungen, die es heute gab. Für zwei, Achtung, 100-Jährige in Brandenburg und in Berlin-Friedrichshain mit Ständchen. Sehr schön. So, herzlichen Glückwunsch von uns. Und hier kommt jetzt das Wetter. Die Nacht ist mal sternklar und es kühlt sich ab auf 2 bis 5 Grad. Morgen am Mittwoch ist es wieder durchweg sonnig. Am ehesten ziehen einige dünne Wolken vom Oderbruch die Oder entlang bis zur Lause Zerneiße. Trocken bleibt es allemal bei schwachem bis mäßigem Wind. Und dazu gibt es 18 bis 21 Grad. Und auch am Donnerstag ändert sich wenig. Mit rund 22 Grad wird es sogar noch ein bisschen wärmer. Am Freitag kommen bei 22 Grad mal lockere Wolken dazu. Und am Samstag wird es zeit- und gebietsweise auch mal ein bisschen Regen geben. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Trockenheit. Der Schwall polarer Luft lässt am Samstag dann nur noch maximal 15 Grad zu. Schwall polarer Luft. Da kriegt man gleich so ein bisschen Gänsehaut. Jetzt läuft Ihnen hoffentlich ein wohliger Schauer über den Rücken. Denn jetzt kommen Anni Hoffmann und Kurt Krömer mit ihrem Viren-Talk. Und nu, das ist die Frage und jetzt gibt es die Antworten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.